Ich freue mich, Sie wieder auf dem richtigen Wahlkanal begrüßen zu dürfen. In diesem Video werde ich über den Enders Explorer Next Gasgrill sprechen. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt ist es an der Zeit loszulegen. Grillen, kochen, backen – wo du willst. Damit du unterwegs keinen Heimweh nach deinem Grill bekommst, haben wir den Explorer Next am Start. Er überzeugt durch sein kompaktes Äußeres und begeistert mit Features wie der extrem standfesten Beinkonstruktion, dem Edelstahlrost und einer hilfreichen Ablagefläche. So hast du noch mehr Spaß auf dem Campingplatz oder bei deinem Ausflug an den See. Und neben Mobilität setzt der Explorer Next auch auf Flexibilität. Die Grillroste über den praktischen Gaskochfeldern sind einzeln abnehmbar. So kommen sich sogar Filetsteak und Erbsensuppe nicht ins Gehege. Eine ganze Küche steckt in unserem mobilen, kompakten Enders Camping Gasgrill Explorer Next. Endlich kannst du Grillen, kochen und backen, wo auch immer du möchtest mit Gasflasche oder Kartusche. Jetzt den Explorer noch besser gemacht und mit neuen Modellen eine Serie geschaffen, die generell mehr kann. Die Beinkonstruktion ist so optimiert, dass die Beine für den Transport leichter abzunehmen und trotzdem extrem standfest sind. Also dann? Viel Spaß beim Campen am See, auf Festivals oder wo auch immer du eine Küche brauchst. Auf einen Blick. Edelstahlrost mit integrierten Flammenabdeckungen, zwei Edelstahlbrenner für kraftvolles direktes und indirektes Grillen, kochen und backen. Tisch und Standgerät in einem, ideal für Camping. Reinigung. Verchromte, abnehmbare Tropfroste für sicheres Kochen und einfache Reinigung. Zwei herausnehmbare Fettauffangschalen für die einfache und schnelle Reinigung. Sicherheit. Betrieb mit Gasflasche oder Schraubkartusche, Schlauch und Regler für Gasflaschenbetrieb inklusive. Einfach zu transportieren, Tasche als Zubehör erhältlich. Tisch und Standgerät in einem. Material. Garhaube aus pulverbeschichtetem Stahl mit integriertem Thermometer. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Das Regeln der Temperatur ist etwas schwierig. Der Grill ist für den mobilen Campingeinsatz etwas sperrig. Der Haltebügel des Deckels ist sehr wackelig. Und hier ist, was den Kunden am besten angefallen hat. Der Rost lässt sich einfach reinigen. Der Aufbau ist einfach. Das eingebaute Thermometer funktioniert einigermaßen genau. Die Beine sind stabil. Der Grill macht einen wertigen Eindruck. Gute Heizleistung. Schöne große Brenner. Der Grill ist sehr kompakt und leicht. Das war mein Testbericht zum Enders Explorer Next Gasgrill. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!